Die Grillsaison ist gestartet, aber mit dem Expertenangebot der Woche könnt ihr auch dann weiter brutzeln, wenn's draußen doch mal regnet. Der WMF Tischgrill Lono mit gerippter Grillfläche ist jetzt für nur 66 Euro bei expert erhältlich. Egal ob Fleisch, Fisch oder Gemüse, mit dem WMF Tischgrill Lono könnt ihr nicht nur unter freiem Himmel, sondern auch zu Hause jederzeit grillen. Auf der 41 x 27 cm großen gerippten Grillfläche mit integriertem Heizelement ist reichlich Platz, sodass auch bei mehreren Personen keiner lange auf sein Essen warten muss. Mit einer Leistung von 2000 Watt ist die gewünschte Temperatur schnell erreicht. Über den Regler mit LED-Beleuchtung könnt ihr sie variabel einstellen und für jedes Grillgut optimale Ergebnisse erzielen. Dabei wird euer Essen nicht nur lecker, sondern auch gesund zubereitet. Denn die Aluminium-Gussplatte ist antihaftbeschichtet, sodass ihr kein zusätzliches Öl oder Fett braucht. Das fleischeigene Fett fließt über die Rillen in die Auffangschale aus Chromagan. Wenn dann alle satt sind, ist die anschließende Reinigung kein Problem. Grillfläche und Auffangschale sind ab- bzw. herausnehmbar und spülmaschinenfest. Gesundes Grillen in Minutenschnelle. Der WMF-Tischgrill Lono ist vielseitig und jederzeit einsetzbar. Und als Angebot der Woche kostet er jetzt bei Expert nur 66 Euro. Na dann, guten Appetit! Na, auf den Geschmack gekommen? Dann klickt doch direkt hier links auf den Link neben mir. Der führt euch zum Angebot auf expert.de. Und ihr solltet natürlich wie immer unseren YouTube-Kanal abonnieren. Das kann ich nicht oft genug betonen, denn nächste Woche kommt natürlich ein neues Angebot. Und das solltet ihr nicht verpassen. Und das solltet ihr nicht verpassen.